Ja, hallo Freunde der Spiekutur und willkommen zurück bei The Secret World hier mit meinem Joggingmeister und ja, ha, wo sind wir denn? Wir sind bei den Hippies hier im Wald, beziehungsweise die Moon-Leute waren das ja, irgendwie so in die Richtung. Erfordert Ruhe, benötigt mal... das brauchen wir jetzt gerade nicht. Energydrinks. Brauchen wir gerade eigentlich alles nicht. Wir können aber 60 Objekte tragen, deshalb können wir das alles noch ein bisschen weiter nehmen. Wir werden jetzt mal die Rückkehr von Sexy annehmen hier. Ferngesteuertes Flugzeug benutzen, wundervoll. Und dann? Das kaputte, ferngesteuerte Flugzeug mitnehmen und dann gehen wir 270 Fuß in die Richtung zum Skatepark bringen, okay. Dann aber mit Tempo. Jedenfalls sind wir in King's Mouth wieder. Wie schon die letzten Male. Ich habe inzwischen auch gemerkt, dass so der ein oder andere inzwischen auch Secret World spielt und ich habe ihn dazu verleitet. Das finde ich immer ganz schön, wenn dann die Leute, die hier ein bisschen zugucken, auch mal ein bisschen dem Spiel die Chance geben und auch ein bisschen zocken. Denn es ist wirklich nicht schlecht. Also im Moment einer meiner ehemaligen Azubis ist da auch ganz schön versessen drauf, weil er einfach die Queststruktur hier mag. Wo es halt viel darum geht, upsala. Okay, das wäre mein Tod, wenn ich jetzt hier bleibe. Deshalb versuche ich mal einfach abzuhauen. Ich hoffe, sie lassen mich irgendwann in Ruhe. Okay, dich nehmen wir noch mit. Mit etwas Glück werden wir sich ja auch noch töten. Ich sollte wenigstens aus den Bereichen rausgehen. Ha, immerhin bin ich nicht ganz gestorben. Was haben wir hier? Talisman-Werkzeug. Direkt alles nehmen. Da haben wir Wissen wieder. Skatepark entdeckt. Und jetzt haben wir die halbfertigen Flammenwerfer. Feuer Marsch. Leeren Platz auf dem Tisch benutzen. Ich benutze leerer Platz auf dem Tisch. Hier ist das ferngesteuerte Flugzeug. Ein Hoch. Na, und die Mission hängt da jetzt an der Seite. Ah, ne, hier geht's weiter, oder? Ne, Moment. Die Rückkehr zu sexy. Möglicherweise hat Dannys Webcam nicht nur Cassandra King aufgenommen, sondern auch andere informative Bilder aus dem Morning Light Lager. Wie auch immer. Es ergibt keinen Sinn, den Jungen abzuweisen. Die Bilder von der Webcam auf den Laptop überspielen. Ah, okay. Webcam benutzen. Und jetzt Bilder angucken. Dannys Laptop untersuchen. Sie trägt zu viel. So, halbfertiger Flammenwerfer. Auf Dannys Tisch liegt ein Flammenwerfer, der aber nicht funktioniert. Und es gibt in der Nähe auch keine geeigneten Teile, um ihn zu reparieren. Der Flammenwerfer wäre ganz praktisch im funktionsfähigen Zustand. Das denke ich gerade auch. Gucken wir mal, wo wir die Teile dafür finden. Es wird leider sehr schwer angegeben. Da müssen wir nach Edgar Schrott's Plot gehen. Zum Glück um die Ecke. Schade, dass das Skaterpark so zerlumpt ist. Denn dann könnte man vielleicht auch mit... Es müsste so ein Mini-Mission geben mit Skaten. Obwohl dann denken alle wieder so... Äh, was ist das denn für ein MMO? Äh. Besser ist, dass ich das Chaos-Schild hier rumtrage. Aber es gar nicht benutze. Besser wäre, ich würde eine zweite Klingenwaffe irgendwie nehmen können. Und war es hier vorne los? Mhm. Mhm. Hätte jemand was vergessen? Das ist zu nah. Oh, Notizbuch. Die Abfalleimer nach einem Schlauch durchsuchen. Ja, find erstmal einen Abfalleimer. Da ist ein Abfalleimer. Ach, ich glaube, ich darf die Sachen nicht, äh... Klauen. Altmetall-Golem. Komm, geh weg, Altmetall-Golem. Dickes Ding, ey. In your face. What's happened? Damn. Danke. Ihr wolltet nicht, dass ich den Müll einmal durchsuche. Aber es ist mein Müll. Flammenwerfer testen. Rüsten Sie aus und füllen Sie ihn mit Benzin. Äh, ja. Wenn wir jetzt mal Benzin hier finden... Ach, da. Sie können diese Aktion nicht ausführen. Okay. Und jetzt? Wie nutze ich ihn? Ach, gegen irgendeinen Gegner wahrscheinlich, ne? Wo mich dafür sogar KP einsetzen. Pistolen, Sturmgewehre, Blutmagie, Chaos, Fäuste, Hämmer. Hm. Davon passt wohl, glaube ich, gar nichts. Genau, äh, mach mich mal platt. Ich kann meine Ausrüstung während des Kampfes nicht ändern. Das ist ja nicht mal eine fiese Nummer. Ha, ich hänge in der Wand fest. Haha. Naja, dann gehe ich wieder raus. Hallo? Ah, okay. Edgar, den Flammenwerfer zeigen. Wer ist Edgar? Er ist Edgar. Bericht senden. Inventar mal. Ah, Hilfe. Charakter aus. Und wir kriegen dafür einen Flammenwerfer. So, jetzt gibt es hier neue Quests, Laufkram. Zum Tango gehören immer zwei. Notizen durchlesen. Schraubbar sicher ist so die Scheiße, die ich... Die größte Scheiße... Die Scheiße, die ich gehört habe. Dunkel, total dunkel, Nebel. Nebel, Nebel, staubig, dunkel wie der Teufel im Rausch. Nebel. Schüsse schon wieder, Flughafen. Hm. Werden sie versuchen, das Rätsel durch Schnüffeln zu, äh... Zu lösen. Boah, ohne Kack. Da kann ich mich gar nicht arrangieren. Da gehe ich lieber mal zurück zum Skaterpark. Weil da gab es ja auf jeden Fall noch Quests zu erledigen. Bam. Also es gab da oben jetzt auch Quests, aber wir wollen ja auch hier hinten mal ein paar machen. Vor allem, man kann ja nicht nur die Main-Quests folgen, weil dann werden die Missionen später zu schwierig. Habe ich mir mal sagen lassen. Männer in schwarzen Lieferwagen. Flugsicherung ist auch beide schon sehr schwierig angegeben. Dann gehen wir nochmal zurück zur Church. Quatsch. Ach, verdammt. Die Ecke war das. Ich will aber... Na? Gibt Stoff? Oh, der Stacheldraht. Wenn er mich wenigstens verletzen würde, das wäre realistisch. Und auf dem Weg zur Kirche können wir nochmal die Leiche finden der Haushälterin. Und können mit deren Hilfe, beziehungsweise die Quest nochmal machen, wenn ihr euch noch recht erinnert. Als es darum ging, so Überlebenschance, die Lieder rauszufinden. Wogene Klinge. Vermeiden in aktuelle Richtung nicht möglich. Interessant. Das ist sowas wie, ähm, Stürmen, oder? Wie soll ich's nennen? Na, lass ihn da. Wann machen wir's so? Stürmen ist natürlich immer der Anfang. War hier nicht die Tote. Da vorne liegt sie. Leiche der Reinigungskraft. Wir machen jetzt nochmal mit. Auch wenn der Schwierigkeitsgrad normal ist. Handy der Reinigungskraft. Blablabla. Ganze fünf Minuten weiterleiten. Die versteckte Tastatur finden. Und zusätzlich dazu... Hallo? Müssen wir ja diesen Code mit diesen... Ach, wie heißt es? In welcher Reihenfolge die Lieder gespielt wurden. Und die stehen auf den Tafeln in der Kirche. Da ist nämlich das, was ich letztes Mal nicht wusste. Oh, ich dachte schon, ich werde verfolgt. Da sind die Lieder. Fünf, sieben, sechs, drei, sieben, neun, sechs, eins, null. Na, Schmutzwäsche auf. Kann ich mir das auswendig merken? Bestimmt nicht. Bin da gerade ein bisschen zu baller, baller. Fünf, Hilfe. Fünf, sieben, sechs. Drei, sieben, neun. Sechs, eins, null. Da ist mich... Wenn man nie in eine Kirche geht, dann weiß man sowas auch nicht. Obwohl ich war... Ich war im Dom am Wochenende erst. In Trier. So, losen Stein benutzen. Abgeschlossen. Versteckte Tastatur benutzen. Fünf, sieben, sechs. Drei, sieben, neun. Sechs, eins, null. Äh, oder ist es dann... Ach so, es ist wahrscheinlich nur ein Dreier-Code, oder? Vielleicht soll ich mir einfach durchlesen, was ich eingeben muss. Nehmen, abgeschlossen. 18.000 XP für Low. So, aber es gab hier auch noch Nebenquests mit dem Friedhof. Die habe ich nämlich auch noch nicht gemacht. Zum einen hier ein heiliger Ort. Selig sind die Sanften. Doch doppelt selig sind jene, die das Werk des Herrn mutig tun. Durch seine Größe finden wir Zuflucht in seinem Haus. Selbst wenn es belagert wird von... Von Zombies. Ich will das Werk des Herrn nicht schmälern, aber vielleicht haben die Erleuchteten diesen Ort sicher gemacht. Durch irgendeine Art von Beschwörung. Natürlich vom Herrn gesegnet. Oder zumindest toleriert. Woher unsere Zuflucht auch stammt. Sie reicht nur bis zur Türschwelle. Selbst der Friedhof quillt über mit Teufelsgezücht. Ich hab's mit Beten und mit meiner 44er versucht, aber Satan trägt Kevlar. Und die Bibelschwenken, äh, macht sie bloß wütend. Äh, alles klar. Zombies in die Kirche locken. Das ist eine Mission, die sollte ich ja wohl ohne Probleme hinkriegen. Toll, wenn grad nicht alle Zombies hier vorne tot wären. Was suchen die ganzen Menschen hier? Genau, kommt mal bitte her. Schön, dass die Zombies sofort sterben. Das denk ich übrigens auch immer, wenn ich, äh, komm rein. Wenn ich in die Kirche trete, da ich auf jeden Fall verbrennen werde. Erster Schutzzauber der Illuminati studieren. Ach, der ist doch hier an der Seite. Ich studiere den Schutzzauber. Ich beobachte ihn. Ich studiere den zweiten Schutzzauber. Äh, der irgendwo anders sein müsste. Ach, ich bin wieder blind, oder? Wo ist der drin? Den zweiten Schutzzauber der Illuminati. Er muss auch hier sein. Aber wird der hier drin sein oder draußen? Fragen über Fragen. Auf jeden Fall ist da das Auge der Illuminati. Da ist der Erste. Ach, die Sonne geht auf. Warum spiele ich immer bei Tag? Ach, komm. Töte dich doch nicht. Beziehungsweise er scheint hier AFK zu sein. Ich bin einfach mal nett und töte den ganzen Kram, der an dir dran klebt, junge Dame. Nächstes Mal passt er aber ein bisschen besser auf dich auf. Ja, toll. Hier ist ein Schutzzauber hingepackt. Ich wusste es. Es ist einfach total sinnlos hinten dran. Den dritten Schutzzauber der Illuminati. Wenn die schon so scheiße standen, dann steht hier hinten auf jeden Fall nochmal einer irgendwo. Bam, 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 bam. In your face. Danke für dein Loot. Klingenkriegsdenkmal. Schön. Jetzt habe ich alle Schutzzauber angeguckt. Den ersten Schutzzauber auf den Friedhofstauern zeichnen. Äh, ja, mit meinen... Mit meinem, äh, Malern. Aua! Hey, du Rulusatota! Lass mich in Ruhe arbeiten! Wow, und schon wieder KP generiert. Das geht echt schnell mit dem KP. Vor allem, man kann wirklich alles lernen. Oh, warum kann ich mir den hier angucken? Ja, kommt euch jetzt, Zombies. Aber ich will gerne mal hier lesen. Samantha Anderson. Ach komm, haut ab, Zombies. Die Grabsteine haben bestimmt was mit einem anderen Quest zu tun. Da war im Moment wirklich kein Nerv drauf. Wir werden einfach die Zombies töten! Aggression! Kommt ihr jetzt wieder hier in Ruhe, unser Toter? Nö. Ich habe einfach einen Zauber drauf geschrieben. Wird ja mal Zeit, dass etwas einfach geht. Piu! Der nächste Schutzzauber. Die Zombies verhalten sich besser als in War Z übrigens. Äh, heiliger Ort. Den rachsüchtigen Koloss töten. Hallo Koloss! Wir können auch Freunde werden! Oder auch nicht. Och, entspann dich. Also das war ja jetzt kein schwieriger. Was haben wir hier? Märtyrerknochen. Göttliches Abbild. Gesegnete Brosche. Es bringt mir alles nichts. Weil ich hab da überall schon QS2. Also nehmen wir einfach irgendeinen jetzt. Und machen wir beim nächsten Mal weiter. Wenn es wieder heißt, Let's Play Secret World. Bis dann, euer Doc. Ciao! Bis dann, euer Doc. Bis dann, euer Doc. Bis dann, euer Doc. Bis dann, euer Doc. Vielen Dank.